Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Einem jeglichen Kriegsknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkelt, durch und durch. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkelt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkelt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkelt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkelt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Es stund aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwestern, Maria Cleophas-Weik und Maria Magdalena. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt, lasst uns den Witte, lasst uns den Witte. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirkt, lasst uns den Witte. Vielen Dank.